Hallo und herzlich willkommen hier bei Blocktricks. Heute werden wir wieder nach ein paar Dias suchen und wir werden ein paar Farmen bauen. Bevor ich anfange Farmen zu bauen, werde ich jetzt erstmal ein paar Dias fahren, damit ich wieder ein bisschen Rüstung kriege und ein paar Werkzeuge. So, ich bin fertig und ich finde wir waren sehr erfolgreich. Glück 3 macht eine Menge aus. Ich habe jetzt 42 Diamanten und jede Menge andere Ressourcen. Ja, jetzt werde ich mir erstmal wieder Rüstung holen und Enchantments drauf packen. Leider habe ich noch nicht Protection gefunden oder Effizienz oder Haltbarkeit. Das wäre wichtig gewesen, aber gut, so ist es nun mal. Wir haben leider echt, echt viel Eisen. Also überlege ich, ob wir doch zuerst eine Eisenfarm machen. Und ich glaube, das werden wir tatsächlich wirklich machen. Das macht jede Menge Sinn. Wir müssen die Eisenfarm mit Abstand von unserem Wildscherhaus bauen. Ich glaube, ich werde sie hier bauen. Und ich weiß schon, welches Design ich benutzen werde. Aber da muss ich jetzt nochmal das raussuchen. So, wie lange sein? Und ich weiß schon, bitte. Ja. Leider geht hin. Hey. Ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020